Ich hab jetzt hier richtig ins Lager geholt. Was hast du geholt, Bro? Einmal so, aus dem Edeka, gut und günstig Schokidokis. Was ist das? Das sind diese Schokokuchen, sag ich mal, mit dieser Creme drin. Boah, okay, diese fertigen... Ja, das sind jetzt diese Brownies, die in dieser Alufree kommen? Ja, so Brownie. So kleine Kuchen, oder? Ja, so runde Pucks, quasi. Runde Pucks. Auf einmal Eisdoki-Fan. Ja, ne, die sehen wirklich so aus. Runde Pucks, Alter. Dann auch der guten Seeberger Schokomix. Hast du eigentlich alle nur so Budget-Snacks bei dir? Oder wie schaut's aus? Was für Budget-Snacks? Schokidoki. Mehr Ratsch halt nicht gereicht. Ja, nein, bei Schokidoki. Ja, das sind quasi so Pucks, das ist ne ganz geile Sache. Aber halt so crazy und billig. Schokidoki, da musst du halt, das ist wie bei Nougat-Bits oder bei diesem Cornflakes halt, da musst du das billiger nehmen, weil das viel geiler ist als das richtige. Hast du nur so Budget-Snacks? Jungen. 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 Jungen.